Liebes Publikum, begleiten Sie uns auf einer Reise durch Farben und Formen, Licht und Klang unserer Erde und Natur. Musik 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 Genau über uns, nur 100 km weiter, beginnt der Dialog. Zwischen Himmel und Kosmos. Musik 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 Doch was wird die Zukunft bringen? Haben wir die richtigen Antworten auf die vielen Katastrophen? Was wird die Zukunft bringen? Krass, okay? Aber wie fliegen die eigentlich? Wir haben nur eine Welt. Ja. Ja. Ich glaube, das ist was mit dem Klinik hinzu. Ich meine, ja. Ja, da brauchen wir nochmal. So, die Welt. Afrika. Das ist sehr schön. Ja, ja. Ich habe mal klein, aber... ... das sind keine Kraft, wenn man auch die Stimme zusammenfasst. Fählst du. Absolut. Ich weibere jetzt zusammenkommen hier. UNTERTITELUNG Die Sonne. Das ist mein Wort. Ursprung allen Lebens. Kraft und Energie. Auch für die nächsten tausend Jahre. centered in Kampfer- und Energie. Er hat sich auf dem Kampfer zu nehmen. Er hat mich noch eingeführt. Das ist spannend hier. Der Kampfer ist in der Kampfer. Der sich an dem Kampfer nicht trägt. Er ist beinahe. Der Kampfer ist in der Kampfer. Der ist mir leid. Er ist ein Schiff mehr her. Er ist ein Schiff mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020